Servus zusammen, wir haben Mittwoch, den 3. Juni, es ist dann 14.06 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip beginne. In diesem Clip geht es um den Dow Jones, mein Name ist Christian Schlegel, habe die Erde. Ich habe jetzt mal nicht hier einen Jahreschart reingenommen, sondern mehr oder weniger die Zeit, um die es geht. Das ist ab Mitte Februar bis hier und heute. Der Dow, die letzte Analyse, die hatte ich hier gemacht, der war die ganze Zeit in dieser Seitwärtsphase begriffen, und dann irgendwann hat er es rausgenommen. Und wenn man das so lange seitwärts gemacht hat, dann fällt es einem schwierig zu glauben, dass er hier rausgeht, weil er könnte ja auch gleich wieder hier runtergehen. Wie dem auch sei, er hat es gemacht und er handelt kurz vor der 200-Tage-Linie. Die ist hier bei 26.340. Der DAX hat die heute auch mal gesehen. Beim DAX ist die bei, wo war denn die nochmal? Die war bei 12.110. Der Dow hat ebenfalls wie der DAX das 61er Retracement genannt. Das war hier bei 25.218. Und beim DAX, den könnt ihr hier gerade nebendran offen, ist es heute bei 11.679. Das haben wir also auch schon seit drei Tagen durch. Das heißt, so gesehen liegen die relativ gleich. Die Bänder gehen etwas auf. Das verspricht ja wieder ein bisschen mehr Volatilität, was wir uns nur helfen konnten, nachdem jetzt hier also diese lange Seitwärtsphase war seit Ende April. Also das hier, die 200-Tage-Linie 26.340, ist der nächste Bezugspunkt. Die Amis schauen mehr auf die 200-Tage-Linie als in Europa. Also das ist meine Erfahrung. Ja, ich kann mir jetzt aber ändern, wenn da ein Gegenteil sagt. Ja, ich meine, die gucken da mehr drauf. Das hat also mehr Abprallpotenzial. Wir sind in Ordnung vom MACD, völlig fein, da ist nichts, aber der hat auch noch keine echte Aussagekraft aufgrund dieser langen Seitwärtsphase. Und wir sind hoch in der Stochastik ohne nennenswertes Signal. Das heißt, letztendlich dadurch, dass wir also hier die kleinen Hochs, diese Zwischenhochs rausgenommen haben, einmal hier, einmal hier, so bei rund 24.500, haben wir jetzt im Prinzip Platz erstmal bis zur 20-Tage-Linie. Calls, die ich suchen will, möchte ich gern unter der 20-Tage-Linie platzieren. Putz müssen hinter der 200-Tage-Linie eher sogar hier, hinter diesem großen Zwischenhoch bei 27.000 liegen. Die letzte Bewegung vom Dow kommt von hier, wo ist sie denn, von hier rund 22.800 und ist rund 3.000 Punkte alt. Das ist kein kleines Ding, beim DAX ist die auch 2.000 Punkte lang. Das ist schon eine ordentliche Bewegung. Das heißt, der Dow hat jederzeit die Berechtigung, auch sich mal zu atmen, mal ein Imbiss zu nehmen. Klar, wenn man die Nachrichten anmacht, das hört sich alles nicht gut da drüben an. Morgen habe ich mal Radio gehört, da gibt es also Deutsche, die da drüben wohnen, die sprechen schon von so einer Art Bürgerkrieg. Weiß ich nicht. Allein die Börse interessiert es nicht. Das interessiert sich nicht. Es ist genügend Geld da und das wird verpulvert. Also es ist eine sehr schwierige, eine fast unlogische Situation. Wie dem auch sei. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Der eine ist dieser hier. Den lege ich also unter die 20-Tage-Linie. Das ist für jene Leute, die nochmal die 500-400-Punkte bis zu 200-Tage-Linie mitspielen wollen. 24.165 ist von Colvin Sachsen Open Endschein mit der Kennnummer GC4, Gustav Cesar 4, VGS. GC4 VGS. Und jetzt gucken wir mal, das ist ein 15er Hebel. Das ist also keine kleine Option. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich würde den nicht hinter die 200-Tage-Linie legen, sondern noch ein bisschen weiter hinter dieses Zwischenhoch. Und das liegt bei 27.122. Da ist also das Hoch. Dahinter möchte ich einen Schein suchen. Dann nehme ich auch einen 15er Hebel. Und habe diesen hier. 27.618. Da habe ich noch ein bisschen Platz, um das Ding stoppen zu lassen. Das ist auch ebenfalls ein 15er Hebel von Goldman. Unlimitiert Open Endschein mit der Kennnummer Gustav Bertha 9 VV0. GB 9 VV0. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.